Es ist ein Satz, den ich gerne selbst geschrieben hätte. Und ich verwende nur Sätze, die ich gerne selbst geschrieben hätte. Mit meiner verbrannten Hand schreibe ich über die Natur des Feuers. Denn, ehe man sich nicht die Hand verbrannt hat, kann man darüber nicht schreiben. Die Männer sind unheilbar krank. Voran? Voran sind die Männer unheilbar krank? Ja, sie sind es. Sie sind es. Wissen Sie das nicht? Wenn Sie es mir sagen. Alle. In allen Menschen ist der Krieg, die Zerstörung, die Gewalt. Ja. Und das kehrt in diesen Träumen immer wieder. Ich möchte auch nicht, weder in diesem Buch noch in den späteren Büchern, etwas über den Krieg schreiben. Das ist zu einfach. Für mich zu einfach. Über den Krieg kann jeder etwas schreiben. Der Krieg ist immer schrecklich. Aber über den Frieden etwas zu schreiben, über das, was wir Frieden nennen. Denn das ist der Krieg. Der Krieg, der wirkliche Krieg ist nur die Explosion dieses Kriegs, der der Frieden ist. Man hat ihn nur die Schädelung. Und das ist die Schädelung. Und das ist die Schädelung. Und das ist die Schädelung. Bis zum nächsten Mal.